Die erste Armbanduhr wurde 1806 vom Pariser Hofjuwelier Etienne Nithot gefertigt. Seit dieser Zeit sind Uhren für das Handgelenk nicht nur ein zuverlässiger Zeitmesser, sondern ebenso ein schönes Schmuckstück. Die Marke Festina steht für hochwertige Präzisionsuhrwerke und wurde im Jahr 1902 in der Schweiz gegründet. Der Leitspruch Festina Lente, Eile mit Weile, liegt dem Firmennamen Festina zugrunde. Im Jahr 1984 übernahm der Spanier Miguel Rodriguez die Marke. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Festina F203822 Damenuhr sehr gut. Die Festina F203822 Damenuhr hat ein silberfarbenes, rundes Edelstahlgehäuse. Es ist 9 mm hoch mit einem Durchmesser von 30,5 mm. Die Damenuhr von Festina ist komplett in der Farbe Silber gehalten. Die Uhr ist in drei Varianten mit einem Zifferblatt in Blau, Schwarz oder Silber erhältlich. Darin ist das Festina-Logo angebracht. Im Inneren des Zifferblattes befinden sich kleine Kristalle und Swarovski-Steinchen. Das Zifferblatt hat keinen Zahlenindex, als Platzhalter dienen Swarovski-Steine. Die Uhr hat einen Stunden- und einen Minutenzeiger, ein Sekundenanzeiger ist nicht vorhanden. Für die analoge Anzeige ist ein batteriebetriebenes Quarz-Uhrwerk-Modell Miota verantwortlich. Dem Hersteller zufolge ist die Uhr bis zu einem Druck von 5 Bars wasserdicht. Was sind Swarovski-Steine? Swarovski ist ein österreichischer Hersteller, der seine Produkte aus Glas mit einem raffinierten Schliff wie Diamanten funkeln lässt. Das silberfarbige Gliederarmband ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Dem Hersteller zufolge ist es robust und langlebig. Wichtige Pflegehinweise und weitere Informationen stellt Festina auf der Webseite zur Verfügung. Das Uhrenband wird mit einer Falschließe geschlossen und geöffnet. Was ist der Index einer Uhr? Als Index oder Indizes werden die Elemente zur Zeiteinteilung auf dem Zifferblatt der Uhr bezeichnet. Mitunter werden nur römische oder arabische Zahlen als Index bezeichnet, in anderen Interpretationen sind auch Platzhalter für die Ziffern eingeschlossen. Der nächste Produkt auf unserer Liste ist Festina F204014 Damenuhr. Die Festina F204014 Damenuhr ist eine Quarzuhr mit Edelstahlarmband. Sie hat ein analoges Zifferblatt und dem Hersteller zufolge vereint sie ein sportliches Design mit Eleganz. Das mehrgliedrige Armband ist aus Edelstahl. Es ist 9 mm breit und wird mit einer Falschließe geschlossen. Der Chronograph ist aus der Serie Boyfriend und besitzt einen Gehäusedurchmesser von 36 mm. Was ist die Boyfriend-Serie? Haben Damenuhren eine sportliche oder männliche Optik, werden sie als Boyfriend-Uhren bezeichnet. Das runde Zifferblatt aus schwarzem Perlmutt soll einen Kontrast zu dem silberfarbenen Edelstahl bieten. Die Festina Damenuhr ist mit einer Stoppuhrfunktion ausgestattet, die Sekunden, Minuten und Stunden misst. Sie wird mit drei runden Anzeigen auf dem Zifferblatt dargestellt. Die Lunette und die Stundenangaben sind mit klaren Zirconia verziert. Die Zeiger, die Drücker sowie die Umrandungen der Stoppuhr und der Zirconia sind in der Farbe Roségold gestaltet. Die Abdeckung des Zifferblattes besteht aus Mineralglas. Der Festina-Chronograph ist wasserdicht bis zu 5 Bars. Was ist Mineralglas? Mineralglas ist ein gehärtetes Kristallglas. Mineralglas ist resistent gegen Feuchtigkeit, es kann nicht vergilben und gewährt immer einen klaren Blick auf das Zifferblatt. Im Gegensatz zu dem teureren Saphirglas ist es jedoch anfälliger für Kratzer und es kann springen, wenn die Uhr zu Boden fällt. Der nächste Product in unserer Liste ist Festina F203973 Damenuhr. Die Festina F203973 Damenuhr ist komplett aus silberfarbenem Edelstahl gearbeitet. Die Uhr ist eine analoge Quarzuhr mit Strichindex und drei separaten Zifferblättern für eine Stoppuhrfunktion. Das runde Gehäuse hat einen Durchmesser von 38,5 mm. Auf der Lünette sind in Schwarz Ziffern für die 5 Minuten Abstände aufgebracht. Das Zifferblatt ist mit einem Mineralglas abgedeckt. Im Dunkeln leuchten die Ziffern der vollen Stunde und der Zeiger. Das Gliederarmband hat eine Breite von 19 mm und wird mit einer Falschließe geschlossen. Mit echtem Diamanten, die Festina Damenuhr stammt aus der Kollektion Diamond und ist auf der Position 12 mit einem kleinen Diamanten besetzt. Die Festina Uhr hat drei Drücker und das Zifferblatt wird von einem Mineralglas abgedeckt. Auf dem Zifferblatt in rosegold ist das Festina Logo in schwarz zu sehen. Die Uhr benötigt eine Batterie. Sie ist wasserdicht bis zu einem Druck von 10 Bars. Damit kann sie beim Duschen und Baden und beim Schwimmen und Schnorcheln getragen werden. Was ist der Drücker einer Uhr? Als Drücker werden bei einer Uhr seitlich angebrachte Bedienelemente bezeichnet. Sie starten und beenden beispielsweise die Stoppuhr. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Festina F16622 ein Damenuhr. Die Festina F16622 ein Damenuhr hat ein Quarzuhrwerk, das mit einer Batterie angetrieben wird. Ein Cabousin ziert die Krone und die Zeiger und Indizes sind poliert. Durch die Leuchtzeiger soll auch im Dunkeln die Zeit gut ablesbar sein. Was ist die Krone einer Uhr? Als Krone wird bei einer Uhr das kleine Rad an der Seite des Gehäuses bezeichnet. Über die Krone können die Uhr aufgezogen oder die Uhrzeit eingestellt werden. In das runde und matt gehaltene Zifferblatt sind analoge Anzeigen für Datum und Wochentag eingearbeitet, sie sollen gut lesbar sein. Der Schließmechanismus ist eine Falschließe aus Edelstahl mit Drücker und Logogravur. Die Damenuhr ist komplett aus Keramik gefertigt und präsentiert sich mit einem Gewicht von 30 Gramm als Leichtgewicht. Keramik gilt als guter Ersatz für Allergiker, die auf Metalle wie Edelstahl reagieren. Das Armband rostet nicht und ist dem Hersteller zufolge robust. Das Keramikgehäuse hat einen Durchmesser von 38 Millimetern und wird von einem Mineralglas abgedeckt. In der Edelstahl-Lünette sind aufgeprägte Ziffern als Minutenmarkierungen angebracht. Was ist Keramik? Der Oberbegriff Keramik steht für anorganische, nichtmetallische Werkstoffe. Für die Herstellung von Uhren kommt Zirkon-Oxid-Keramik zum Einsatz. Das Material ist leicht und sehr unempfindlich gegenüber Kratzern. Allerdings kann das harte und spröde Material leicht brechen, wenn es auf eine harte Fläche fällt. Der nächste Product ist Festina F167161 Damenuhr. Die Festina F167161 Damenuhr besteht komplett aus Edelstahl. Das Gliederarmband ist 21 Millimeter breit und wird mit einer Falschließe geschlossen. Das runde Gehäuse hat einen Durchmesser von 36,5 Millimetern. Mit römischen Zahlen. Der Index der Festinauhr ist mit großen, römischen Zahlen angegeben. Sie sollen gut lesbar sein, obwohl sie zuteil von den analogen Anzeigen für den Kalender und die Stoppuhr verdeckt werden. Auf die Edelstahl-Lünette sind Einkerbungen für die 5-Minuten-Einteilung angebracht. Im Zifferblatt sind die Minuten mit kleinen Strichen gekennzeichnet. Wie das im Detail genau aussieht, zeigt folgendes Video. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden. Marketing-Cookies akzeptieren. Die Festinauhr ist ein Eindrückerkronograph mit einem Drücker für die Stoppuhr und den Kalender. Die Abdeckung des Zifferblattes ist aus Mineralglas, sie hat ein Quarz-Uhrwerk, das mit einer Batterie betrieben wird. Die analoge Festina-Damenuhr stammt aus der Kollektion Boyfriend und ist wasserdicht bis 5 Bar. Was ist ein Eindrückerkronograph? Eindrückerkronographin werden auch als Monodrückerkronograph oder englisch als Monopusher bezeichnet. Es handelt sich um Uhren, bei denen alle Funktionen mit einem Anstelle von zwei Drückern gesteuert werden. Der nächste Product in unserer Liste ist Festina F165733-Herrenuhr. Die Festina F165733-Herrenuhr ist eine analoge Quarz-Uhr mit Lederarmband. Das runde Gehäuse mit Mineralglas und 45,8 mm Durchmesser ist aus silberfarbenem Edelstahl. Die Lünette, ebenfalls aus Edelstahl, ist in 5 Minuten Abständen mit Einkerbungen versehen. Das schwarze Zifferblatt der Festina Multifunktionsuhr ist feingestreift und mit einer 24-Stunden-Anzeige und einem Kalender ausgestattet. Alle Funktionen werden über einen Drücker angesteuert. Die analoge Festina-Uhr für Herren ist bis zu einem Druck von 5 Bars wasserdicht. Das schwarze Lederarmband hat eine Breite von 23 mm und wird mit einer Dornschließe geschlossen. Es hat eine leichte Struktur und ist weiß gesteppt. Was ist eine Dornschließe? Eine Dornschließe ist ein Schnallenverschluss, bei dem ein Dorn durch ein Loch im Armband geführt wird. Die Dornschließe hat den Vorteil, dass sie eine flexible Längeneinstellung des Armbands ermöglicht. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Festina F203772 Herrenuhr. Die Festina F203772 Herrenuhr hat ein Gehäuse aus Edelstahl und einen Durchmesser von 44 mm. Die Lünette hat eine Minutenunterteilung und ist wie das runde Zifferblattblau. Alle Indizes und die Zeiger sind silberfarben. Sie sind mit einer Leuchtmasse gefüllt und leuchten im Dunkeln. Dadurch soll sich die Uhr auch im Dunkeln gut ablesen lassen. Die Festina Uhr hat eine Stoppuhr, die über den Drücker am Gehäuserand betätigt wird, sowie eine Datumsangabe und eine 24-Stunden-Anzeige. Das Zifferblatt wird mit einem Mineralglas geschützt. Die Uhr hat ein Quarzuhrwerk und benötigt eine Batterie. Das Lederarmband mit einer Breite von 22 Millimetern hat ein Lochdesign, eine Steppung in Orange und wird mit einer Dornschließe geschlossen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Festina F164883 Herrenuhr. Das Gehäuse der Festina F164883 Herrenuhr besteht aus Edelstahl. Es hat einen Durchmesser von 46 Millimetern. Der analoge Festina Herrenchronograph hat eine Stoppuhrfunktion und einen Kalender. Drei Drücker ermöglichen Start und Stopp der Stoppuhr und die Einstellung der Uhrzeit und des Kalenders. Darüber hinaus ist die Uhr mit einem Tachometer ausgestattet. Das runde Zifferblatt der Festina Uhr ist durch ein Mineralglas geschützt. Was ist ein Tachometer? Ein Tachometer in einer Uhr kann auf einer festgelegten Strecke über eine kurze Zeit die Geschwindigkeit anzeigen. Angetrieben wird die Herrenuhr von Festina mit einem Quarzwerk. Sie ist bis zu einem Druck von 10 Bars wasserdicht. Das 25 Millimeter breite Armband besteht aus Edelstahlgliedern und ist in der Mitte durch ein Rautenmuster akzentuiert. Die einzelnen Glieder sind bei Bedarf austauschbar und wie das mit einem geeigneten Stiftentferner funktioniert, zeigt folgendes Video von Festina. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden.Marketing-Cookies akzeptieren. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Festina F16760, ein Herrenuhr. Die analoge Festina F167601 Herrenuhr hat ein Gehäuse aus Edelstahl und ein Armband aus Leder. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 43 Millimetern. Auf der Lünette befindet sich ein Tachometer für die Geschwindigkeitsmessung. Im runden Zifferblatt sind die Datumsanzeige, die Stoppuhr und der Kalender angebracht. Für die Einstellung gibt es drei Beidrücker. Die Uhr ist mit einem analogen Quarzwerk der Marke Miuta und mit einem Mineralglas ausgestattet. Die Zeiger leuchten im Dunkeln, die Uhr ist wasserdicht bis zu einem Druck von 5 Bars. Das Lederarmband ist 22 Millimeter breit und lässt sich mit einer Dornschließe öffnen und schließen. Wie das genau funktioniert, ist in der Anleitung beschrieben, die ebenfalls auf der Herstellerwebsite einsehbar ist. Welche Vorteile bietet eine wasserdichte Uhr? Wasserdichte Uhren müssen nicht bei jedem Kontakt mit Wasser abgenommen werden, um sie vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Doch wasserdicht bedeutet nicht, dass die Uhr uneingeschränkt bei Wasseraktivitäten getragen werden kann. Viele Uhren sind wasserdicht bis zu einem Druck von 5 Bars. Das bedeutet in der Praxis, sie sind vor Regen und Spritzwasser geschützt und können beim Händewaschen am Handgelenk bleiben. Erst wenn eine Uhr einem Wasserdruck von 10 Bars standhält, kann sie beim Baden, Duschen, Schwimmen oder Schnorcheln getragen werden. Der nächste Product ist Festina F203305 Unisex Uhr. Die Festina F203305 Uhr ist eine Unisex Uhr für Erwachsene. Die Quarzuhr mit Silikonarmband hat dem Hersteller zufolge ein sportliches Design und wiegt 150 Gramm. Die schwarze Lunette zeigt eine 5 Minuten Taktung in silberfarbenen Zahlen. Das runde Zifferblatt ist mit einer Minuteneinteilung mit Strichindex, einer Datumsanzeige und einer Stoppfunktion ausgestattet. Die Stunden werden ebenfalls mit einem Strichindex angezeigt. Für die Steuerung der Funktionen gibt es drei Drücker. Geschützt wird das Zifferblatt durch ein Mineralglas. Die Festina Uhr hat ein vergleichsweise großes Gehäuse. Es ist aus Edelstahl gefertigt und hat einen Durchmesser von 47 Millimetern. Die analoge Unisex Uhr von Festina für Damen und Herren ist mit einem Silikonarmband mit einer Breite von 25 Millimetern ausgestattet. Geschlossen wird das Armband mit einer Dornschließe. Der Chronograph ist wasserdicht bis zu einem Druck von 10 Bars und wird von einem Quarzwerk angetrieben. Was bedeutet Unisex? Die Bezeichnung Unisex wird für Kleidung, Accessoires und andere Produkte verwendet, die sowohl für Damen und Herren geeignet und nicht geschlechtsspezifisch auf eine Zielgruppe ausgerichtet sind. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Festina F205191 Herrenuhr. Die Festina F205191 Herrenuhr ist mit einem schwarzen Gehäuse und einem braunen Armband ausgestattet. Das Gehäuse hat eine runde Form und wird aus Edelstahl gefertigt. Das Armband besteht aus Leder und lässt sich mit einer Dornschließe verschließen. Die Herrenuhr ist bis zu einem Druck von 10 Bars wasserdicht. Sie ist mit einem Quarzuhrwerk ausgerüstet und zeigt die Uhrzeit analog an. Das Ziffernblatt ist blau und wird durch ein Mineralglas geschützt. Weitere Ausstattungsmerkmale sind die Datumsanzeige und die Stoppfunktion. Was ist eine PVD-Beschichtung? Die Abkürzung PVD steht für Physical Vapor Deposition und beschreibt ein Verfahren, bei dem Materialien durch Verdampfung beschichtet werden. Die Beschichtung besteht bei Uhren meist aus Titanitrit. Titanitrit ist eine sehr dichte und harte Metallverbindung, die die Oberfläche der Uhr widerstandsfähiger machen soll. Der nächste Product ist Festina F203784 Herrenuhr. Die Festina F203784 Herrenuhr hat ein rundes Edelstahlgehäuse mit einem Durchmesser von 44,5 mm. Sie ist mit einer Lünette aus Edelstahl ausgestattet, die eine unidirektionale Funktion hat. Die Uhr hat ein silberfarbenes Gehäuse, ein schwarzes Zifferblatt und einen Strichindex. Zeiger und Indizes sind in den Farben gelb und weiß gehalten, passend dazu hat die Uhr ein gelbes Armband aus Polyurethane. Zum Tauchen geeignet, die Festina Herrenuhr ist bis zu einem Druck von 20 Bars wasserdicht. Damit ist sie nicht nur zum Schwimmen und Schnorcheln, sondern laut Hersteller auch zum Tauchen geeignet. Das Zifferblatt der analogen Festina Uhr für Herren hat eine Minutenaufteilung, eine Tages- und Datumsanzeige und wird mit einem Mineralglas geschützt. Das Quarzwerk arbeitet dem Hersteller zufolge zuverlässig und es braucht eine Batterie. Das Armband ist 22 mm breit und wird mit einer Dornschließe geschlossen. Was ist die unidirektionale Funktion einer Lünette? Bei der Unidirektion allen Funktionen lässt sich die Lünette in eine Richtung drehen, meistens gegen den Uhrzeigersinn. Beim Tauchen kann damit die verstrichene Zeit gemessen werden. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.